Hallo, ich bin Markus von der Firma Schuhkeller in Ludwigshafen. Ich bekomme oftmals die Frage gestellt, ist mein Wanderschuh noch zu reparieren? Lässt er sich neu besohlen? Wann rentiert sich das? Und wie sieht es mit den Kosten aus? Und hier habe ich einfach mal ein Beispiel mitgebracht von einem Schuh, der sicherlich erst einmal erschreckend ausschaut, weil ihm die Sohle hier abfällt, aber meines Erachtens nach absolut noch neu besohlungswürdig. Warum? Der Schuh hat keinerlei Risse im Oberleder. Auch innen drin ist der Schuh noch in Ordnung. Das Futterleder ist noch perfekt. Bei einer Gore-Tex-Membrane wäre wichtig, dass eben keine Löcher im Futter drin sind oder dass der Schuh irgendwo starke Schäden im Oberleder hat. Hier habe ich zwar eine defekte Sohle. Was ist hier passiert? Ein Schuh, der über acht, neun Jahre alt ist, unterliegt einem Hydrolyse-Prozess. Das heißt, die Zwischensohle. Hier lösen sich die Weichmacher mit der Zeit eben raus und die Sohle fängt eben an, sich aufzulösen. Ihr könnt das ganz gut vor der Tour feststellen, indem ihr einfach mit dem Fingernagel mal in die Zwischensohle reingreift, reindrückt. Und wenn der Fingernagel sofort wieder verschwindet, also der Abdruck verschwindet, dann kann man davon ausgehen, dass das Material noch gut ist. Bleibt ein Abdruck stehen, sollte man mal genau hinterfragen, wie alt das der Schuh ist und ob nicht irgendwo eine Neubesohlung vielleicht doch fällig ist, bevor er auf Tour geht und der Schuh sieht eben so aus. Also immer mal so nach ein paar Jahren sich die Schuhe anschauen, wie sehen sie denn aus und muss sie sie vielleicht mal instand setzen lassen. Wichtig auch, überprüft die Nähte, die oftmals sich doch mal durch das Wandern, durch den Gebrauch sich lösen können. Hat der Schuh irgendwelche mechanischen Verletzungen? Und ja, dann einfach auch gerne bei uns vorbeikommen. Wir haben die Möglichkeit, bei unserem Schuhmacher oder bei unseren Partnern Lowa, Meindl, Hanra, Glaspotiva, Scaba, die Schuhe auch neu besohlen zu lassen. Und die Neubesohlung ist eigentlich mehr eine Generalüberholung. Das heißt, Profil, Zwischensohle, Schalenrand, Schnürbänder, Fußbette werden im Regelfall dann komplett erneuert, so dass ihr wieder einen neuen Schuh habt und könnt wieder in die Berge gehen und könnt wieder wandern. Gerne auch wieder Schuhe einschicken, Fragen dazu. Wir machen immer einen kostenvollen Schlag und ihr könnt entscheiden, will ich oder will ich nicht. Auf alle Fälle im Zuge der Nachhaltigkeit empfehle ich es, uns die Schuhe einzuschicken und wir sagen euch, was es kostet und euch es noch ventiert.